Hier ist es noch viel cooler, als ich dachte, Leute. Selbst ich bin beeindruckt. Wie hieß dieser Ort, Ocellus? Das Schloss der zwei Schwestern. Weiß ich noch aus dem Unterricht. Die Geschichte der präequestrianischen Freundschaften. Ha, sieh mal an. Die Schule war wohl doch zu etwas gut. Jona nicht wirklich mögen Schule, aber Jona mögen neue Freunde. Smolder mag atmen. Hey, Leute, Samba ist zurück. Cupcakes sind leckerste. Danke für die Hilfe, Gallus. Ich wollte nur die Cupcakes retten. Wie schön. Decken und Kissen. So wird es im Schloss bestimmt viel gemütlicher. Und lustig. Kissenschlacht! Ah! 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 Ja!